Die spiegellosen Systeme, die sich zum Teil schon etabliert haben, würden sich weiterentwickeln. Ich glaube, der Spiegelreflex wird mehr und mehr vom Markt verschwinden. Da gehe ich mal stark davon aus. Ich glaube, die Qualität und Geschwindigkeit im Bereich der spiegellosen Kameras wird sicher noch auf gleiches Niveau kommen, wo heute die Spiegelreflexkameras sind. Der Markt mit den Smartphones wird sicher zunehmen. Man sieht jetzt schon überall Gimbals für Smartphones zum Filmen, zum Fotografieren. Und ich glaube, das würden so die Themen sein, die uns die nächste Zeit beschäftigen würden.